Untertitelung. BR 2018 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 In dieser Runde erhielt der Kämpfer aus der blauen Ecke eine Verwarnung gegen Kopfstoß. In der roten Ecke für den CSC Frankfurt war Stefan Precetica. Stefan ist der amtierende kroatische Landesmeister. Er ist Teilnehmer und Gewinner verschiedener internationaler Turniere. In der roten Ecke für Frankfurt Stefan Precetica. Ringfrei Runde 2. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 ... 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